Blu-Bar mit Nähchen Sunrise, ne? Legion auch Sunrise Ella will Lobby gehen, ich geh in Kitchen und Kassel in Blu-Bar Ganz genau Let's fucking go, let's get destroyed Holt die Threads raus Äh, Jägers Wände kommen in Blu-Bar Warte, wo bist du? Ja Die Wände Taron, hier war ja Main door gecastled, ne? Jaja, Main door Alter, Ende Ball Chill, Brudi Sunrise, Bar, Blu-Bar, Glitch oder Lobby, Kassel Tschüss Ich bin an der Rotation, Legion, Blu-Bar Ich mach die Hm? Ja, warte, ich kann schon Ja, okay Ja, okay Geht die Rotation? Ja, okay Legion, ich brauch gleich eine Gummina auf Blue Stairs nochmal Ja, ja, mach ich Ich mach's mal oben, damit es rechtzeitig fährt Ich mach's mal oben, damit es rechtzeitig fährt Ja, ich bin in die Kitchen, musst du hören Ich hab's jetzt oben reingemacht Ich hab's jetzt oben reingemacht Ja, Moin Ja, Moin VIP, Garden Die haben oben DraftNet in Kitchen Twitch und StatchML oben Einer ist beim Garden Dach Oben Bei Aqua Hallway Ich bin ausgedrohnt Ich bin ausgedrohnt Ey, ich bin hier so viel am rumthronen, ne? Twitch ist grad Lobby, die Drohne Machen, glaub ich Blu-Bar, der Zauber, Alter Fakten Twitch vorne ist Blu-Bar Twitchen Ja, da ist noch der Achtung, verbritt hier über dir Ist alles offen Ah, Terminal auch noch Statchgarten Ist du in der Hallway? Ja Entschuldigung Statch ist Pitchen LOL Lass du Oh, ich hab' ich gegessen. Ich glaub, wir brauchen unbedingt einen Roamage in die, ne? Ich glaub schon, ja. Naja, lass erstmal Blue Hooker gehen. Ich bin so dumm gestorben, der Affe über mir die Deck geöffnet, weil ich mich gedroht hab. Du hast es nicht gemerkt. An der Wand. Ja, ich war an der Drohne, hallo, wie soll ich das merken? Ach ja, moin. Die Bomben sicher. Ja. 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 Ich hab' mir ein Windo auf. Ja, ich finde. Ja. 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 Was? 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 Hat sich gerade hochgesalt auf dem Bellknie. Also KB ist one shot. Keine Ahnung wer. Macht wenn die Außenseiterbar. Check mal aus. Hey what the fuck? Ein Penta... What? Pentos. Ich hab jetzt die KM-Mail. Einer ist im Öl. Einer hat VIPs tot. Dominik, ich zeig dir wenn einer an der Tür kommt. Ich hab die KM. 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 Ich hab die KM auf dem Dach. Ich hab die KM. 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 Wahrscheinlich ist der Lucky dran vorbeigehen. Vielleicht schreib ich nicht so dumm durch den Sledge. Das wär ganz gut. Ich hab die KM. Ich hab die KM. Wir haben drei Kontext. Ja, wo weiß ich denn? Wir brauchen noch Trooper. Schüssel lang, oder? Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschiffen. Das ist ein falsches Treffer. Ups, Alaba. Achtung. Nein, Gott. Ich hab die KM. Absolut. Alle Drohnen, die ihr haben könnt, das wär ja richtig drauf. Ja, ich krieg ihm die Drohnen fehler. Das ist los, dass ich umbauen kann. Ja, alle beiden Jut nehmen, bitte. Halt. 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 Ja, der Aqua auch rausgefroren. Halt. Wo? Wo? Ich hab Termite mit Diffuser in Aqua. Ja, Termite ist auch da unten. Und Diffuser liegt in Aqua. Ich hasse ihn überhaupt. Wo? Scruffloom. Ja, Luster. Ich glaube, es ist... Plus, es liegt noch eine. Guck mal. Alles weg. Ich hab Ash. Jawohl. Der im Hallway-Stone. Die ist in Akku. Der hat nicht alle so hart, ne? Erf mal ein paar Kontakts hochwerfen, oder? Ja, ist ein Akku. In dem Hallway. Boah, hätte die gegrillt, Mann. Ich halt Ranks erst. Boah, ich hab hier überhaupt nicht gesehen, dass er da gesessen hat. Er hat gerade ein Laufen durch den Bildern, glaube ich. Ja. Also, wir müssen sagen, Gegeben. Es gab uns kurz. Jawohl. Oh, die Runde war schön. Ich stürme jetzt Ash und Thatcher weg. Oh, Fabrizio a la Potato. Hä? Ja, ja. War schon teilweise ein Potato, ey. Das ist gerade runter. Ja, ey. Ich hab's noch nicht mehr gesehen. Ja, komm runter. Ich lade ab und plätschen jetzt. Ich weiß ganz genau, wie krass ich die Waffe von Kerstel liebe. Gar nicht. Okay. Ja, Leute, alles flutet jetzt hier, ne? Ab in die Kitchen. Geh, Ducker. Ich geh f*** ab. Ja, das reicht's auch. Ich war auch im Team Schütze. Super. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend Planen. Wie schön hart hat jemand die Hatch nicht gemacht? Keine Stimme. Kann ich machen. Von Shisha, oder? Ja. Ja, hier Penthouse. Penthouse, Penthouse. Penthouse? Ja, guck, geh ich rüber. Mach ich. Ja, ich muss hier ein bisschen auch provisieren. Nur noch 5 Sekunden. Ich hab absolut nichts gesehen, weil ich zu Beginn halt auch nicht war. Ash, Elm, ist die Richtung Office. Ash ist Office Doppeltür, seilt sich Aqua hoch. Ash, komm. Es dreht sich ganz aufs Dach. Und... Hallway oben ist in der zum L. Soll da eigentlich noch ein Rotate rein? Ich hab's nicht gesehen. Taron? Ne, ne. Taron? Da, ja, ne, ne, da. Über uns, glaub ich. Ja. Ja, über uns. Ash ist oben. Mach aus, mach aus. Oh, ich werd für ein Jackal verfolgt. Zeiss, der wird oben sein, Jackal. Einer auf dem Blue Stairs. Ja, der sagt doch was. Das sieht aus. Hat Hits. Der müsste vielleicht irgendwie zacken hauen. Blue dead. Schön. Ich mein' grad Bart komplett auf. Nur noch eine Minute. Oh, ich werd von... Ah, von oben. Ja, bruh. VIP oben. Slash. Aqua... Äh, Lobby Stairs. Jackal. Ist unten. In Lobby. Ah, der ist gut drauf. Garten und dead. Garten und dead. Lobby. Fast hinter der Theke. Jackal. Okay. Pushed vor. Ist jetzt im Garten. Nein, nein, nicht. Ganz. Er rennt wieder zu den Stairs. Seiss, ja. Ah, er ist gedroppt. Achtung. I love you. Garten, Garten. Garten. Sunrise. Sunrise. Ich hab Garten. Irgendein Bart drin. Termite im Bart. Ja, Sunrise. Termite planted. Termite ist in Küche rein. Jawoll, Junge. Termite, zwei Lesion Traps intus. Minimum. Jawoll. Wo waren sie bequettet? Rechts, rechts. Rechts, hinter dir. ACE BOYS! Haha! Haha! Schau das denn? Woohoo! Alter! Das ist die EG-Talu! Haha! Let's go, Alter! Let's go, Alter! Alter! Die facken richtig hart abnehmen mit ihrem... Mit dem Sledge. Sledge-Stucker-Ebi. Ich hätte mir... Ich hätte mir aber nicht gedacht, dass sie mich von da... äh... Willkommen. Das war richtig krass. Ich war richtig impressed. Ich glaube, jetzt nehmen wir das scheiß 4... Aber jetzt ein 5-1 mitnehmen, ne? Mhm. Also ich... Ja. Jetzt geh ich nicht spawnen. Jetzt glaube ich safe. Ja, das Problem hatten wir, dass die halt oben einfach aufgemacht haben, mit dem direkt Sledge- und dann kann ich halt nichts mehr... Das ist das Problem am Kitchen. Hm. Hm. Aber nicht schlimm. Wir lernen daraus. Ja. Setz uns den nochmal ran. Vielleicht oben ein bisschen. Mal gucken. Vielleicht Blut mal ein bisschen wegnehmen dafür. Mal gucken. Ich will den Hammer bis jetzt fahren. Ich bin der Bereich sicher die Bombsen weiterschützt. Ein Signal. Dann kann der Anime wieder, wenn du aufmachst. Ja, Mann. Mit diesem Wach hat Bandit ja eigentlich nichts gemacht. Welche fehlten dann? Ja gut, ich hab noch eine Wand, die ist fast perfekt. Fast, okay. Nein. Nö, nö. Ich hab eine Drohne. Ich pack schon den Camion jetzt für die Toten. Ich hab noch eine Brombe. Ich brauch einen Call, sobald's Big Window aufgeht, ne? Die Gegner haben eine Bombe gefunden, verteidigt sie. Ich hab alle von Lobby aus. Wir werden komplett auf Penthouse aufbauen. Das ist tot, perfekt. Ganz wichtig, der Frag. Legion, hast du Blue Stairs vermied? Ja. Perfekt. Ich bin schon im Horgel. Penthouse. Goldcall. Goldcall. Shishat-Tür, glaube ich. Haben wir einen Peek-a-Breach? Ah, fuck. Oh, eh, 10-1. Well, Summit. Glaubst du, ich kann den Peaken, oder nicht? Nein, 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 bloß nicht. Okay. G.A.P. Breach. Ich glaube, ich hab ein Termoter. bluestairs bluestairs kommt aus dem was wieviel schluckt die auch mann was war das dann für die von der twitch der in sich aufgesogen als wäre sie keine ahnung wer mk spielt der typ so vom wackeln her wo hin und her wackeln wie er es gerade gemacht hat war schon ziemlich verdächtig aus naja aber es ist es ja laut es ist immer noch nicht was ok mk war das nicht ist alles verboten aus der schweizkontrolle ja die sind alle behindert bei uns habe ich noch mal nachgeschaut das darf sind erlaubt und normaler kontrolle Der Fisch kommt euch gleich zu ihnen rotieren. Das Beste ist vor Ort. Kaum zu vernehmend zu sitzen. Aber das 4-2-2 ist voll in Ordnung. 2-2. Pain, kannst du mir bitte beruhigen, danke. 2-4 gerade, das ist nicht so... Die Regner haben meine Bombe lokalisiert. Die laufen aber auch nicht so dumm wie bei der Rotation. Ich mach die. Die Main-Rotation. Ja. Ja. Kitchen Fenster wieder einer. Meine Munition ist leer. Haben obenüber wieder gebreached mit Stretch. Ja, das gehen wir nach oben. Aber Q ist noch clear. Dominik, du musst eigentlich lobbyen. Tja, und die L-Camp zerstörten mit Twitch, ne? Ja, ich geh auch aus Klitschen. Hab ich. Verbrauchelt. Komm zurück, ganz klar. Ja, ich... Den Platten ist in Lobby ein bisschen. Abläufen sie sich. Haben... Britschen oben jetzt sicher. Ich weiß gar nicht, was schon über den Drecksraum auch rausschmachen können. Ich weiß gar nicht, was schon über den Drecksraum auch rausschmachen können. Tja, schade, warte... ... ... Ich glaube Sunrise neben dem Raum hier ist drauf es wird hier mal nach oben kann gut sein die löschen krepp ist weg jeder kann es aber kurz reinblicken wenn du das siehst getrunken war wahrscheinlich auch hat es gejobbt hat noch einer gejobbt noch einmal beim dropper Ein Gegner verbleibt Wann der Stopp, oder? Haube mal 4-2 ist 2-2 in Ordnung, oder? Alter! Ich hab dich fast umgedrückt, ich dachte du wärst ein Gegner Fabrizio ist auf Shackle Jaja Float geht auf Twitch, Dominic ist auf Ash Nadegi Chuck Chuck Wiesel Man kennt ihn Ok, die haben ja Kriegnerischen Mais, zuerst bin ich nicht triggert Äh, Farmer Defuser wieder Weil ich wegste runter Ich fliege ja auf Thatcher Ganz dreist Kennt er nix Ja, ich geb jetzt in die Supportrolle Wo Hm? Ich hab' die Track Fabrizio, Dominic, Flo Ich und, äh, ein paar Stahlkümmern uns Und Zeit Spielen in Blue, oder? Nein, Catchen Von Blue, warum nicht? Ja, das heißt oben holen Das heißt, wir holen den Billiard rein Ok Kommen alle Billiard? Ich hab' ne Camel Ok, lass Ash und Twitch von, ähm, Penthouse blähen Die machen unsere Strats Ok Farmer kommst rüber, Anfaktkall Zu mir Ruin Ruin Ruin? Ok, ja, Ruin komm Twitch, Ash, müssen sich nach Walk of Fame VIP holen zusammen Ruin Ruin Wir kommen noch vom Billiard Weil, äh, ich mach zuerst das Double Fenster auf Ich mach' zuerst das Double Fenster auf Der Scharfer ist direkt gesichert Gelange zu den Bomben und in der Nachander nach anderen Ausschau Ok Spawnfield, mit Bonn Ok Ist das toll? Ja Doch oben Wahrscheinlich Ich hab'n ja gerade hier Sein 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 Stron, Aqua is clear, Yard auch. Was ist Fem? Sicher ist auch clear. Ash? Wo sieht's aus? Stron Hall, wenn ja. Stron Hall. Döcke stehen. Mainset clear. Susher ist Castle, tot. L ist auch clear. Kino ist auch clear. Super ist noch einer. Könnt ihr hier ein bisschen Boden öffnen? Nein, super. Sag mal, kommst du mit zu mir? Ich geh mal runter, ne? Ich geh in Lobby runter. Stron. Felfies Lobby. Ist da einer Blooper? Nein, nein. Ist die Lobby runter? Ja. Genau. Ich bin CC. Geräte werden ausgeschaltet. Es ist tracking. Valky ist getrackt. Ja, Valky ist in der Toilette. Alle die Groover. Das ist Legion. Ich glaube, ich droppe gleich in Garden. Ich bin in Garden. 50 Sekunden. Ich droppe nicht. Wieder Legion, Legion und Pin. Kommst du mit der Format? Legion ist doch mal tracked. Valky ist wieder Kitchen Service. Feierschutz, laden nach! Geht uns breachen? Die haben Breach. Firmat. Krieger Bart. Krieger Tod. Tester Stinks. Blue. Blue Bart, geh rein. Firmat. Nice. Weinen, hast du meine Claymore rein. Haha, what the fuck. Schöne Sachen, oder? Ich habe alles gespielt. Da lag irgendwo vor mir eine Leash Trap. Das habe ich absolut gesehen. Aber ich habe sie nicht gefunden. Ich konnte die Rotation nicht mal durch. Das war wirklich komisch. Die Rotation haben uns gebracht. Ich habe sie nicht gefunden. Ja, nee. Ich habe gesehen, wie er sie hingeworfen hat. Aber ich habe sie danach nicht mehr gesehen. Ich bin auch, Setcher. Ich bin auch, Setcher. Jetzt bin ich auch, Setcher wieder, ne? Kannst du machen? Mhm. Ja, echt. Ich bin ja im Gefühl, Salami. Mit diesem Format. Format ist hier auch gut. Perfekt. Jetzt sind sie Pentos Ja bitte geht keiner macht keiner grad dieses das double window von Pentos auf Das geht eher um Ash weil Ich geh ruinen Jungs Spawn vielleicht pool oder so Ja das kann man so alles da ist alles gut Smoke ist Aqua Mach den Drop auf Okay das war eine Weltkern Hier oben ist glaube ich ein Weltkern geflogen Jetzt halt die Schore steckt dich Habt ihr die Kern? Ihr habt die normale Kern nicht Die sind tot Warte ich wird markieren Entweder unten oder oben Ich geh dann über Shisha Ich wohne gerade Aqua Mal nach hinterm Tisch Ich wohne Shisha Der Aqua ist clear Der Wunsch mit Sunrise aufgeladen Das Fenster Ganz spät Schlechter spät Kann jemand bitte den Drop aufmachen? In Hall of Thames war gerade ja Smart von Jagdto Oh Kontraktor Ist einer in VIP Ich guck L ne? Nein Ich hab keine Throne mehr Alles clear Oh Entfer tot Wo war Valkyrie? Was? Kino? Zwei Leute Kino Aber das ist tot Toll Da war noch ein Bandit Valkyrie ist ein Bett raus Es ist close bei der Bombe Halt die letzte 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 Im Sofa dann Halt's Bart Kommt Hall of Fame Plattfame Kommt jetzt Hall of Fame Nice Dad Deshalb kill den Lass Lass es Ja warte Mach nichts sowas Oho Ja moin Alter Haha Disrespect Du Fotze Guck dir diesen Nobscub an Alter Oho Bats Haha Oho Was? Haha Disrespect Du Fotze Haha Alles klar Du Fotze Ich dachte der Mannmann Du hast mich gekillt Weil Ich dachte ich bin in deinen Schuss gelaufen Na komm Leute jetzt Wieder Jekyll oder kann ich Duka? Ne Jekyll bitte Also Im Angriff bin ich Irgendwie stärker Als Verteidigung Läuft gerade auch echt gut Mhm Vor allem bei mir Alter Ich hab sieben Kills Nummer zwei Attackrunden Zaaah Ich hab's doch gesagt Ich hab'n Follower verloren Wer folgt denn mir nicht mehr welche Fotze? Haha Ich Ich Kappa Ich hab's doch an Ich hab's doch immer nachfolgen Und bin ich traurig Ich weiß nicht mal ob ich dich folge Zuba ist frei Wir spielen wieder Penthouse, Alter. Jo, perfekt. Leute, ähnlich aufbauen, ne? Ich fahre mal Twitch, wenn's geht über DJ. Ich spahre wieder Ruin. Leute, warum Twitch auch? Also warum ich auch? Weil ich sage. Warum sagst du sowas nicht früher, Mann? Kein Spaß, meine Camp steht jetzt drüben beim Spawn von Ding. Halbster Welt. Dein Ernst? Musst die rausbauen? Quitschen? Oh, ne, ne, oben. Becken. Ah, okay. Der Fall war zu der Camp hingeworfen. Aqua clear. Ah, hab sie. Aqua clear. Die hat's auch clear. Dass sie mich trifft? Was für ne Freche. Bin dann mal raus, dass sie was. Ich wechsle schnell Magazine. Das sollte ich... sein lassen. Komm mal, nochmal. Wo hab sie ja... Wo hab sie jetzt... Was für ne Frechade an? Das ist ne Mann, vor allem. Die Impel ist die Weltquake. Hat eine Weltquake an. Kannst du's nicht sehen? Die IP ist die Weltquake. laufen ich war im thronen ja habe ich jetzt passiert was soll ich machen ach alles in pentas waren warte bei den wäldern wäldern wir kommen ja ganz beim fernseher und wölkwies und und so ich freue mich gerade auch noch dauern das wäre absolut gut gewesen ich habe einen ap darf ich mich alle bedrohen oder was ich halte mich da draußen willst du auch noch gedauert werden ja nein minus punkte hageln ich habe noch zwei smokes und wo liegt sie in der füße noch eine drohne draußen ich liebe hallway ja lass doch auf 4p umbauen ne auf 4p sondern auf 4p ok wir fangen an zu smoken bei kino und in kino sind zwei da haben wir keine chance wir müssen auf die franks gehen wir müssen smoke einfach zu und nicht waschen ah wir tot und zwar noch mit der frankern digga ciao leben keine zeit mehr keine zeit mehr keine zeit mehr boah drecks leschentrap oder wir müssen schnell nach dem beat arbeiten ja das wir können wir halt gerade nicht rein ne ist das problem ist ja dann drohne gestorben ja komm Leute holen wir jetzt so ich kann jetzt wir können jetzt eine kitchen können kitchen sein wieder ja ja ok ich werde wieder aqua gehen ich auch ich würde sagen wir können setcher ruckal gehen zusammen und twitch firmer und ash kam mit der führerin street das geraden wir sollen dann über sunrise kommen oder so maybe keine ahnung ja wo die sind besser von der anderen seite wenn wir aqua sind dann ihr penthouse ihr müsst eure drohe verwenden um eine bombe aufzuspüren also dj penthouse den kitchen ok schwarze eine kremes war der zähne ich will meine drohne jetzt zu aqua schwarze 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 ja kommst du mit ja sollst du wir beide und die anderen drei schwarze schwarze ok hiermit schwarze zu ihrer position und entfärgst sie hops keinen spawn fiel diesmal ich zahle mich wieder ans Fenster kurz ich bin hier ich bin hier ich bin hier voller fähl ist frei die Toilette ist frei der Kino ist auch frei ja, kommt rein die Toilette ist frei die Toilette ist frei und die Toilette ist auch frei ich bin drin die Toilette ist frei die Toilette ist frei die Toilette ist frei die Toilette ist frei Jäger in Lobby, Valkyrie ist wieder onspot Wir müssen Lobby jetzt langsam Kontrolle rollen Einer hat meine Cam in der Lobby, ne? Bandit noch in CC Jäger in Lobby Kann die Ashe vielleicht zu oft diskutieren? Jäger, noch immer in Lobby Bandit hat mich aus Lobby aus Jäger aus dem Watt gerade 1,5, 1,5... Vorbei an it Sind die oben, oder was? Oh Gott, protect Ok, die letzten müssten Onside sein Ich versuche, Jakar Reset, wenn es plestsch Wo ist er dann? Wo ist er denn? Hier, um hoch War ganz schnell jetzt Oh, das kann er noch rief Komm, ich habe noch Smokes Ich hab noch Smokes Ok, dann jetzt push, aber Lass den mit dem Diffusor als letzten rein, ja, also Twitch. Was? Das ist rein. Ne, ne. Das wäre ein Witz. Hä, ich hab eigentlich gelegt, aber lass mal. Ja, kann das nicht machen. Ok Leute, 6-4, das ist, wir müssen das jetzt holen jetzt. Na, wie du dich da drehst, das ist nicht deine Ahnung. Er wurde einfach gewollbankt, das ist... Alter, wir haben die Tracks auch nicht bekommen. Ok, welche Spots sind die? Ok, die müssen jetzt Hooker oder Blooper sein, das heißt, die werden Hooker sein. Ja, was ist das denn für ein Zeichen? Hier steht 6-6-6. Ähm, Leute, ähm... Nix gibt's. Kommt, Jungs, ne? Hm, ich überleg' gerade, wir gehen über Penthouse auf jeden Fall. Jetzt bin ich wieder zurück. Penthouse VIP. Nimm ich halt kurz den Führer mit. Ja, wir haben zu... Ja, wir cutten zu spät, weil die Hotelschatz uns hier an die Dormitur reingringt. Das ist gerade... Beziehungsweise, es ist halt über eine Rundfights und nur, dass sie die abheben. Ok, absolut. Ich hab' ne Kärme entschieden. Ich hab' ne Kärme entschieden. Ich glaube, ich hab's auch Penthouse. Ja, was hat die? Ah! Ich hab' kaum, ja. Ich brauch' euch da halbwegs früh einen, der nachher auf Aqua balcony rotiert. Ich werd' sowieso aufs Dach gehen. Ja, das ist gut. Das heißt, Florian nimmt erstmal Dach alles ab. Hier, wie ein Penthouse, war ein Köln des Penthouse VIP. Kann man ja spawnen natürlich nicht um. Hm, was denn? Soll es eigentlich um spawnen zu uns. Warum? Aber, naja. Hab's gut. Wir wollen's noch rüber. Ich denk's auch kaum. Ja, P.I. Walk of Hampstens. Ich hab' ja auch. Die Drohne ist aktiviert. Ja, alle Fans, Q. Wodernst du? Penthouse auch. Hat dein Drohnen nicht PIP? Kino auch. Die IP ist auch soweit clear, ja. Dann können wir die IP rein. Die haben nur eine Spann verstärkt. Kino? Ja, mach' die Aufnahme auf. Ja, Dominik, mach' du grad' auch. Failed Rebellyard, Lesion, V-Hooker. Achtung, Explosion! Wir gehen aber auf Aqua, Leute, ne? Das wär' die erste, ob die einen Engel hält. Wie sieht's Aqua aus? Aqua ist einer, uns verbanded. Äh, Jäger. Aber... Wo war der? Ich mach' dasselbe wie, äh... Wie ihr. Halt' zu uns selber, Alter. Ich hab' die Valkyrie... Außen keim. Abaun, außen keim. Sie hat nur noch eine einzigen Valkyrie keim. Aber... Und da immediaten. Soll' ich nicht Aufiker umbauen? Aber der ist, der ist ja egal. Soll' ich nicht Aufiker gehen? Weil ich mach' Druck von der Seite. Nein, ist halt schon da... Shock. hinter dem dings hinter der bar einer hinterm schild von unten kitche es ist doch ein ente oder war ich habe ein bus ein bisschen vorpushen wenn es fehlt laden mal nach keinem der lobby wird zerstört auf den stairs Zugehunderte vor dir, ruhig zu. Ich lade kurz nach! Nur noch einer vom eigenen Proben. Ja, da muss ich weg sein. Ja, kann ich schauen. Ich glaube von hinten. Ja, okay so close. Hä? Hat er nicht grad durch? Hä? Er hat das Schild angeballert, da ist Bluthaft gespritzt, the fuck? Okay Leute, jetzt haben wir die letzte Chance für den Matchpoint. Lass uns mal bitte komplett zusammenreißen, wenn es geht. Sie sind für der Penthouse wahrscheinlich. Zu 95%. Lass uns doch mal Penthouse jetzt angreifen, bitte. Über DJ komplett. Ash und Jakal müssen trotzdem Billiath holen. Ich geh Aqua. Der Ash bitte auch. Nimmst du die Füße? Taron oder Pascal? Dann fahren wir die Füße. Dann fahren wir die Füße. Pass einfach rauf, schnell rauf. Pass einfach schnell rauf, Bleach. Genau, also wir müssen den Bleach jetzt bekommen. Was will? Einer vielleicht spinnen. Und andere Karte teilt die Rotation. Ich drohne für Jakal und Ash gleich aus. Ah ja. Spine links. Penthouse. An der Welt. Das ist schon richtig gespawn. Ash soll jetzt immer noch Aqua reingehen. Also Rien spawnen. Zehn Sekunden bis Einsatz. Anfangen. Und Fernwalt bitte hierzu. DJ rüber. Noch fünf Sekunden. Entschärfer ist jetzt gesichert. Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen. Ich glaub die versuchte die ganze Zeit gegen den Baum hier zu werfen. Oder gegen einen der Palmen halt. Kann gut sein, ja. Rumin outside von DJ. Warte, ich weiß nicht mehr. Äh, etwa 4. Bias 4. Mff. Die IP-Kennst du's brauchen. Geh ran, geh ran. Komm hier. Ja deswegen wollt ich halt da gucken. Wo ist da auch noch hin? Ja ich mach das gar nicht. South auch, Krier. Lasst du mal Shisha rein gehen? Lass über Shisha rein gehen. Ja. 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 Der hängt immer noch 4 IP direkt am Fenster. Sie krönt noch nicht hoch. wir müssen mal tot machen als auf vip bitte alter was ist doch mal ein bisschen im corner der zelot vergesst nicht das blend granaten und in kützchen belt wheel 2v2 Jungs Jetzt sag uns, wenn einer aufs Kino rauskommt, ich hab's in der Camp Ich vergesse deine Blenden nicht, deine Blenden-Granaten, die kannst du gut einsetzen Wollt ihr auf Theater Kino drauf? Theater ist zugemint Pass auf Bart ist angeschlagen In Bart ist keiner Aber hinter dir kurz in der Ecke, oder? Links Ja, Mann Ja, Mann Boah, Alter, man, no, ich hab nie gedacht Es ist schon klar, dass sie uns gerade 0 zu 5 gedrückt haben, ne? Keine Ahnung Keine Ahnung Nicht ganz Wie kann das denn, dass der Typ da nicht stirbt in dem Denkst-VIP, Alter? Ne, da haben wir 2-4 gedrückt Macht ja doch keinen Sinn Okay Overtime Overtime Eine Attack und dann musst du Defenden Das heißt, wir müssen jetzt die Scheiß Attack bitte mal gewinnen Bitte mal zusammenreißen Overtime Overtime Tupentos, oder Shisha, Shisha, ja Shisha. Boah, kann die eine jetzt auf, wenn man die fressen im Hintergrund? 40 Euro, 300 Euro progen. Siedze, po nocach. Wie czerwony ist, Pana? Ja, nie wierzy, Pana. 5 Sekunden. Na razie, ja. Niko, jetzt ist die. Alter. Fisches Magazin geladen. Wie spielt die wieder Pentos? Ja, die sind aktual. Ja, nicht aktual, die sind Fischer. Ja, das ist natürlich jetzt... Ich geh schon. Ich darf warten, wie der kommt jetzt. Pentos clear. Ich bin auf, Alter. Ich aign die ganze Zeit da ab. Ich weiß überhaupt noch, was ne Drohne ist. Ey, Leute, Mann. Dann war ich mit dem Diffuser ganz alleine. Ich lauf Ruinen. Was machst du Ruinen? Ich hab auch mit dem Diffuser ganz alleine in den Hallway. Ja, was hältst du da bei Billard? Ich hab auch mit dem Diffuser ganz alleine in den Hallway. Ich hab auch mit dem Diffuser ganz alleine in den Hallway. Ich hab auch mit dem Diffuser ganz alleine in den Hallway. Ich hab auch mit dem Diffuser ganz alleine in den Hallway. Ich hab auch mit dem Diffuser ganz alleine in den Hallway. Ich hab auch mit dem Diffuser ganz alleine in den Hallway. Ich hab auch mit dem Diffuser ganz alleine in den Hallway. Ich hab auch mit dem Diffuser ganz alleine in den Hallway. Ich hab auch mit dem Diffuser ganz alleine in den Hallway. Ich lade kurz nach! Dann hast du noch Rotation. Die kleine Fugelmann, ich krieg schon eine Gnade. Auch mal Rotation. Ich wechsle schnell Magazine. Aber werke Spirat ist? Das war, glaube ich, ein Monter, der... Sollte vielleicht mal ein Aquadin alle zusammen und nicht immer irgendwo rumgucken? Ja. Nein, ein Kloss rechts an der Bombe. Ja. Er hat mich gepre-fired. Schade. Da, schau mal, sie hat mich das erst mal gepre-fired. Ja, ich spiel auch Mk, diese Farbe zuerst mal nur Schaut. Kannst du nicht anders erzählen, das wird ja kein 17-9 spielen. Ja. Vorhin. Ja, Bluber. Das ist ja komplett herab. Ach, Junge. Das ist einmal bitte gefocust hier, Mann. Was macht denn hier? 6-1, Alter. Wir haben 0-6 jetzt verloren. Ist das schon klar, oder? Hast du nicht gerade gesagt, das macht gar keinen Sinn? Keiner drohend, Alter. Wird mich verarschen. Was ist das? Was ist das? Wir haben 6-1 geführt. Da steht 6-7. Also, unkonzentriert ist wohl da, wenn ein Matchpoint ist. Habe ich wohl so das Gefühl. Das ist so easy. Kein Ding. Standort der Bombe in Gefahr. Wird nicht planen. Wird nicht sicher! Wird ein Magazin! Twitch-Trone ist down. Habe ich auch mit vorne. Schild eingesetzt! Es bleibt mit 10 Sekunden. Eingang abgesperrt! Nein. 100 Sekunden wieder. Der Gegner hat sich auch mal lokalisiert. Mach dich angriffsbereit. Mach dich angriffsbereit. Böses Auge ist bereit. Was ist denn, wie ich hier wende? Ich weiß, keinen anderen mehr gibt es. Ah, Twitch. Da kommt die zweite Twitch-Trone. Hab die zweite. Keiner ist im Lobby, ne? Die machen aufs Sunrise richtig drück. Und dann möchten sie. 100 Sekunden. Twitch-Trone. Wie kann sie einfach reinlaufen? Da ist noch ein Blackwood bei mir. Das war ein noch bei mir, ne? Ich würde schon auch noch. Blackwood ist drin. Ja. Wo es Blackwood? Kann ich kurz schauen? Oh, Sunrise hier. Lade neues Magazin! Das ist noch mal Sunrise-Töne. Ein Fenster. Ja, komplett Blubber. Ich glaube, die haben Sunrise aufgegeben. Kitchen Fenster. Ja. Ich brauche noch ein bisschen Hilfe. Komm drauf zu mir, ich werde gedauert pinkt. Ich habe noch mal Sunrise, Jungs. In Service. Einer CC. Ich habe ein Breach-Blue. Der ist in-jet. Ist okay. Nice, Alter! Ich wollte jetzt den Scheiß-Match-Fight mitnehmen. Wir müssen kurz ins Game Chat gehen. Ja. Ja, komm. Ach komm, ein Attack, Alter. Sind entweder Blue... Äh, entweder Pantos oder Dings. Oder Kitchen. Und jetzt Pusht euch nochmal, bitte. Nimmst die Oroide, ist mir wurscht. Jetzt tut mir einfach das letzte Fockin' Gold, Guys. Auf. Drohnt einfach alles aus, Alter. Feuer mit der Füße. Nicht reingehen, wenn nicht gedrohnt wurde. Let's 14 go, bro, boys Ja, Mann Ich glaube, sie sind wieder Pentos Ja, Pentos Also muss es um die Ehre gehen, bitte Du kannst kein Comeback drücken lassen Come on, Jungs, Alter Achtung, Swantraps hier, irgendwie Die Drecksfeld, ne? Fuck nicht ab, oh nein, ne Hast du? Nein, ich hab nur die normale Ah, quack dir, hinter der Bauch Wie hat auch für dich? Ah, die kackt doch nicht so ab, Alter Kann man da runterspringen schon, oder? Hall of Fame ist der 3 am... Jägers, die VIP Das war weg Jägers, VIP, äh, an der linken Seite So, vorderm Korner Das war der 18-11-Dig, oder? Der ist noch in der Camp, jetzt ist der raus, ist der raus Jetzt ist er am Sofa Wo? Läuft Richtung Hall of Fame Jetzt sind Hall of Fame drin Das ist ein Bad, injured, injured, und pinnen, injured, Spray durch Das ist ein Panthers, das ist ein Panthers Da ist noch Legion, Legion peaked Legion Tür? Down, jemand hat deiner Twitch-Runde Nein, er hat einen Hit Nein Er hat zwei Hits ausgehalten Ja, gut Es ist vor kurz, dann Wo sind die Colts? Vor kurz, oder? Keine Ahnung, aber er ist close Ich weiß nix, die Stroh noch mal Nein, er ist hier beim, äh, beim Thron steht, Thron steht Ist er weg, ist er weg Nein, war mal... Anna liegt auf dem Boden In dich, äh... In Kino, Kino Bandit In Kino Bandit In Kino Bandit Kino Bandit Hat Hits Warte, ich gehe rein Ich blente Ich blente Wo ist der? Vorne? Hinten, von hinten Von hinten... Wie, wieso, Mann? Es ist ein Mann, let's go, boys Nö Boah, das war der Prost, Alter Das ganzen verfickten Matches Hauh 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 Die waren so schöne, die waren richtig Muaah Alter Das war so Tempo, weil es war richtig Tempo, obwohl ich so... Hauh 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 Wie, viel stand es? 7, 6, ne? HePER Sie haben in 7, 8 gespielt Wie? 7, 8, Karin Hauh War das intense Leider, ich gehe wieder anfangen also war das fertig die letzte und alle hätten das passiert mehr oder ich war komplett installiert aber hast du gesehen wie ich die ersten runden gesagt habt ihr geschenkt bis 1 ich stand richtig kacke zwei attack runden habe ich richtig rasiert ich stand richtig komplett reingeschissen ich weiß nicht was da die ganze passierte es war und die hälfte jetzt ich würde uns dann konnte man gucken quantum black wolves ok ich wurde es noch nicht angezeigt requesting ja wir müssen den requesting spielen sind deutsche eigentlich machen wir jetzt mal nur lauf lauf leute und machen wir das spiel sind eigentlich schon fertig soweit das eigentlich schon bahn aber sagt dass wir kurz eine pause bauen bis halb oder so ich kann auch nicht bahn alter ich stand ernst Hast du gesehen, was du geschrieben hast? Ihr seid so unnötig gestorben, Alter! Alter Gigi, ich bin der Geist zurück, ich hole mir was zum Trinken. Achtung! Achtung! Vielen Dank. Vielen Dank. Erstmal Hanuta gönnen. Pascal? Ist hier irgendjemand da? Can I have more? Can I have more? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.